Hallo zusammen, hallo Freunde, jetzt das große Bild, wo ich eigentlich schon davor gemacht habe, also es ist 80 oder 40 cm, auch mit dem Trichter gemacht, die Linie gezogen, natürlich mit der Farbmischung und diesen Additiven drin, also wie gesagt Silikonöl, Cell Crater und Bubble Booster, alles zusammen gemischt, dadurch entstehen natürlich ziemlich viele Zellen, dem einen gefällt es, der andere mag vielleicht nicht so viele Zellen, ich habe halt jetzt die Mischung gehabt, ich zeige euch das Video, ich hoffe von der Kamera geht es und dann bis gleich, lasst uns starten. Das Video, ich hoffe von der Kamera. 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 Das Video, ich hoffe von der Kamera.